Mh, meh, welcome back! Und wir gehen jetzt mal zu dieser Proto-Kuppel. Ich will den Typen schieben. Darf ich den Typen schieben? Darf ich dich schieben? Ne, fehlernd, halt doof. Die drehen sich alle zu mir und guckt mich an. Am liebsten, ja komm, zeig ihnen den Vogel. Los! Na, ich hasse das, wenn Leute mich immer anstarren. Aber ich glaube, das habe ich schon mal damals in A Link to the Past erzählt. Ah, da denke ich mir immer, wollt ihr ein Passfoto? Okay. Das ist die Kanalisation. Da müssen wir nicht rüber. Wobei, wir kommen dann da drüben hin wahrscheinlich. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch nicht hin! Stärkere Roboter? Oh, wie toll! Äh? Macht ihr Mucken hier, oder was? Ja? Hä? Keine Bewegung. Was ist denn das für ein Horst? Hey, es ist... Der Mann! Danke, danke! Ich bin Applaus gewöhnt, Baby! Der Mann! Oh mein Gott! Für Lebensformen wie euch bin ich Johnny. Jetzt spitzt die Ohren. Ein Teil eines alten Highways führt durch diese Ruinen. Interesse an einem Rennen? Nehmt die Düsenmaschine und kneifen gilt nicht. Weißt du, wie es geht? Nein. Also, halt zu! Gas wird automatisch geregelt. Wir fahren also nur schnell. Lenk mit dem Steuerkreuz. Drücke B für den Turboantrieb. Du kannst den Pro-Rennen dreimal benutzen. Und dazwischen muss er sich kurz aufladen. Unten im Bildschirm siehst du deine Position. Zeig, was du drauf hast, Baby. Ach, ich will kein Rennen fahren. Yeah, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Aus dem Weg, du Arschkind! Nein! Ah! Na! Nöööö! Aber ich hab keinen Turbohm-Trieb mehr, das ist schlecht. Na! Ey, der stoppt mich die ganze Zeit, der Penner. Ha. Haha. Ich hab verloren. Verdammte Axt. Ihr seid wertlos. Gebt auf und geht nach Hause. Ha, Verlierer. Man kann rüberlaufen, durch die Stadt, der Monster. Kommt nur wieder, wenn du's raushast. Nimm diese Düsen, naja, ja. So, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann, äh, renn ich durch die Stadt. Ich glaub, der Trick ist einfach, den zurückzustoßen. Nur so einfach ist das nicht, wie das aussieht. Weil der macht's ja auch mit mir, ah, ah. Na! Na! Bleib da, wo du bist, du Affen-Zippel. Na, na! Du wirst mich nicht nochmal abk- Doch, er wird es. Ich hab keine Lust mehr, ich renn durch die Stadt. Hehe. Ihr seid wertlos. Ihr seid wertlos. Ne, du bist wertlos, du. Auf Wiedersehen. Da laufe ich lieber, du. Okay, ich glaub, ich weiß, was sie meinen. Aber egal, ich hab eben nicht trainiert. Also mach ich's jetzt. Drei ekelhafte Mutanten-Fressen-Dinger. Pain. Nein. Ich brauch On Air. On Air. Nein! Danke. So, und jetzt aber. Wehe, das funktioniert nicht. Oh, es funktioniert. Aber sie heilen sich immer. Also, die drei so zu töten, ist eigentlich gar kein Problem. Yeah. Los, Technik. Du schaffst das auch alleine. Mach ihn platt. Juhu. Die geben bestimmt ordentlich XP. Wart, die leben noch? Ach stimmt, die hatten 300 Life-Points oder so. Hm. Kombo-Zyklon-Aura. Auf mich. Also, auf Connor. Aber die müssten jetzt eigentlich umfallen. Genau, sterbt. Du auch. Danke, ich hab's geschafft. Wuh, das gab XP. Boah, wie viele sind denn das von diesen ekelhaften Dingern? Boah. Ich find die echt ekelhaft. Ich weiß nicht, warum. Verfixieren wir uns auf einen. Die stehen leider nicht nah genug da an. Deswegen. Mach den Tod! Das könnte etwas dauern jetzt. Ja, genau. Deine perverse Attacke. Wobei diese komischen Viecher vorher waren doch irgendwie etwas ekliger. Und perverse. Nein! Das Ding hat nur noch 10 Life-Points. Und kriegt die nicht kaputt. Mein Gott, hier. Kriegt ein Vibe extra von mir. Ich bin der Boss. Ich bin der Boss aus Chrono Trigger. Und ja. Ich sollte vielleicht aufhören, in der WoW-Sprache zu reden. Ah, der arme Pain kriegt aufs Maul. Das darf nicht sein. Genau. Ah, nur weil ich zu faul bin, dieses Rennen zu machen, muss ich euch jetzt langweilen. Mit dämlichen Sprüchen. meinerseits und langen Kämpfen von perversen, ekligen Mutanten. Ach, egal. Werdet schon überlegen. Äh, überleben. Überlegen. Ich bin halt auch nochmal ganz da, oder? Los, 36, schaff's! Woo! Yeah! Oh, ne, erreicht nächste Stufe. Das wurde auch Zeit. Och, wir sind so ekelhaft! Tschüss. Nein! Ah, ist klar. Wenigstens stehen sie jetzt gleich nah genug aneinander. Nein, tun sie doch nicht. Na! Du schaffst das. Jetzt ist der eine aus dem Weg gehüpft. Der Trottel. Kommt näher aneinander. Verdammt. Wie die nicht aneinander kommen wollen hier. Ja, Angriff in Flammenwirbel. Wenn Onya Mahinne machen würde. Mahinne, Onya! Ah. Jetzt aber. Irgendwie muss ich sie auch halten. Die sind eklig. Und sie machen böse Autsch. Und sie danzen so lustig. Genau, das kannst du machen. Ptsch. Feierwirbel. Die sind immer noch zu weit auseinander. Geh näher ran. Na! Verdammte Scheiße. Damn it! Vielleicht soll ich nicht so viel rumschreien. Weil unten drunter, der pennt. Der alte Sack, der ist schon, der ist so eine Sache für sich. Weil er ist ja stellt euch die schrecklichsten Nachbarn vor die ihr finden könnt. Dann wisst ihr was wir hier für einen Nachbar unter uns boden haben. Es ist ich mein hallo ähm Überwachungskamera einfach mal an der Haustür angebracht ohne dass hier jemals was passiert ist. Also weder Einbrecher noch sonst was. Yeah. Tja. Oh wir haben es geschafft. Wo sind wir hier? Kann man hier rein? Nee. So es war da unten. Was wenn ich da reingehe? Was haben wir da? Fabrik. Ah da gehen wir nachherein denn ich mache jetzt einen Schnitt.